Willkommen zurück meine lieben Domination-Tipps. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme, ich kling vollkommen verpennt. Ich habe eben das englische Video produziert, dann habe ich noch was gegessen, ich hatte Halsschmerzen, bin dann einfach eingepennt, abends beim Fernsehen. Eigentlich wollte ich natürlich für euch das deutschsprachige Video auch noch produzieren, darum habe ich es mir nicht nehmen lassen. Jetzt mitten in der Nacht, nachdem ich wach geworden bin, ihr seht es hier oben selbst, nochmal aufzustehen, kurz das Video aufzusetzen, hochzuladen, dass ich auch wirklich die ersten von euch direkt morgen früh erreiche. Ja, insofern dazu, neuer Weltkrieg steht an. Ich bin bei einer neuen Allianz unter Dach und Fach gekommen, mal schauen wie das Ganze hier läuft. Ich denke der Weltkrieg wird so moderat interessant werden, eher was für zwischendurch, jetzt nicht wirklich der große Angriff, wo man sagt, wow, da kann ich staunen. Wir fangen auch direkt an. Alle aktiven Zuschauer von euch, die eventuell mein Preview-Video, sprich mein 5.8 Preview-Video, also das, was kommen wird, in den nächsten Updates geschaut haben, haben eventuell schon relativ großes Vorwissen bezüglich dessen, was jetzt implementiert werden soll mit dem aktuellen Update, andere vielleicht weniger. Dementsprechend versuche ich erstmal wieder einen einheitlichen Kenntnisstand zu schaffen. Wir haben wenig Neues, was implementiert wird, dafür die Sachen, die neu implementiert werden, 2-3 Stück dürften das sein, sind wirklich so, im Englischen sagt man Striking Aspects, also Sachen, die das komplette Spiel wieder mal so von links auf rechts drehen könnten. Wir fangen direkt an, und zwar mit dem Raketensilo. An der Stelle erstmal wieder herzlichen Dank an iSpeedy, meinen guten alten Freund von den Teletubbies, der mir freundlicherweise das Video- als auch Bildmaterial zur Verfügung gestellt hat. Ja, also Videomaterial habe ich sogar von Benni bereitgestellt worden, auf jeden Fall von Leuten, die ich schon was länger kenne. Danke an der Stelle, Leute. Ohne euch hätte ich das jetzt nicht so realisieren können. Und iSpeedy hat sich nicht lehmen lassen, das ganze Ding jetzt erstmal in seinen Vorgarten zu klatschen. Was wir erstmal sehen, meine Befürchtungen in dem Sinne, haben sich so ein bisschen bewahrheitet, das Raketensilo hat eine Größe von 4x4, also eine relativ große Grundfläche, damit wir es bauen können. Das ist vergleichbar mit der Burg oder mit dem Söldnerlager. Nahezu alle anderen Verteidigungsgebäude haben eine Grundfläche von 3x3, ganz wenige 2x2. Und was man daran sehen kann, umso größer ein Verteidigungsgebäude ist, also umso größer die Grundfläche ist, desto schwieriger ist es, in der eigenen Basis runterzubringen, aber auf der anderen Seite, desto mächtiger ist es. Und daran können wir auch schon abschätzen, relativ in etwa, also sehr grob, wie stark das Raketensilo letztendlich werden wird. Und das Ganze beweitet sich gleich, wenn wir, ja, beweitet sich gleich, wenn wir die Statistiken anschauen. Erst einmal, wir sehen, wir haben wieder eine Deathzone oder eine Todeszone, sprich eine direkte Zone um das Raketensilo, innerhalb der das Raketensilo nicht schießen kann. Es ist also wieder elementar wichtig bei dem Raketensilo, dass man es irgendwo halbwegs geschützt platziert und dementsprechend sehr viel Platz innerhalb seiner Mauern opfert, weil sobald sich der Fand dort reinversammelt oder dort reinbewegt, kann es effektiv nicht mehr wirken. Hier sehen wir das Raketensilo im deaktivierten Zustand, sprich in dem Zustand, wie man es beim Scouten und bei Angriffsanfang sieht. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, werde ich das Ganze nochmal wiederholen. Das Raketensilo ist eine Art, ja, Katastrophenschutzmaßnahme für deine Basis. Die aktiviert sich erst, wenn die Bedrohung, in Anführungsstrichen, was eine Messskala sein wird, dadurch, wie viele Truppen und was für Truppen der Gegner setzt, erst aktiviert wird, wenn eine bestimmte Menge an Truppen auf der Karte sind. Das Silo selbst funktioniert darüber, dass es Hitpoints misst quasi. Wie viele Hitpoints, im Englischen sagt man, geklustert, also sehr eng beisammen auf der Karte gesetzt werden oder sich auf der Karte bewegen. Das heißt, ich denke mal, das wird das Raketensilo auch aktivieren. Sprich, wenn der Feind jetzt nur eine Truppe setzt zum Droppen, wird es nicht unbedingt angehen. Oder vielleicht auch ein paar Raider, ein paar Motorradräuber. Aber wenn er seine ganze Armee geballt und relativ schnell raussetzt, denke ich mal, wird der Bedrohungsstatus hochgehen und das Silo fängt an, den Feind unter Beschuss zu nehmen. Hierfür haben wir jetzt die nächsten Daten. Und zwar hier einmal das Raketensilo Stufe 2, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Erstmal Raketensilo Stufe 0. Wir sehen hier, die Werte sind alle grün hinterlegt. Dementsprechend sind es geboostete Werte durch Segen. Wir können uns also nicht ganz daran orientieren, sondern wir müssen etwas abrechnen. Aber wir haben einen groben Anhaltspunkt. Und anhand dessen, wir sehen alle 10 Sekunden, es ist feuerbereit und kann somit angreifen. Reichweite 50 ist natürlich bombastisch über die gesamte Karte. Trefferpunkte sind enorm niedrig. 1905 ist wirklich überhaupt nicht viel. Und Schaden pro Angriff sind aber 2000. Sprich, wir haben hier ein enorm starkes, schlagkräftiges, aber wenig aushaltefähiges Gebäude. 2540 Schaden pro Angriff könnt ihr auch ganz einfach rechnen. Fernkämpfer, egal was ihr da hinstellt, egal mit welcher Koalition es geboostet wird. Alles, was vom Raketensilo getroffen wird, ist platt an Fernkämpfern. Auch unsere Haubitzen sind platt. Das Einzige, was überlebt, sind Panzer, Generäle oder andere, die dann aber auch ordentlich Schaden kassieren dürften, denke ich mal. So, zurück zum Raketensilo und die Funktionsweise. Wenn der Feind oder der Angreifer seine Truppen gesetzt hat, wird das Raketensilo, werden wir gleich in dem Video auch noch sehen, beginnen feindliche Truppen anzuvisieren mit einem roten Fadenkreuz. Dann dauert es etwa 2 bis 3 Sekunden, bis das es feuert und sofort einschlägt und dementsprechend Flächenschaden bei euren Truppen verursacht. Es wird immer die Positionen lokalisieren, an denen die meisten Hitpoints vertreten sind. Heißt, wenn ihr jetzt 3 Heavy Tanks da hinsetzt, die sind sehr nah beisammen, wird es diese eher anvisieren als eure komplette restliche Armee. Es geht halt um kumulative Hitpoints. Also darum, wo sind die meisten Hitpoints auf einem Platz nicht? Wo sind die meisten Truppen, die stärksten Truppen, all sowas nicht? Im Video gleich kann man das auch sehr schön sehen. Seine Panzer werden anvisiert, weil die sich immer gemeinsam übers Schlachtfeld bewegen. Der Rearming-Prozess, also der Wiederbewaffnungsprozess bei dem Raketensilo ist dann der hauptsächliche Schwachpunkt. Hier braucht es nämlich 10 Sekunden, bis das es wieder erneut schießen kann. Und diese Zeiträume muss man unbedingt ausnutzen. Man kann von dem Raketensilo auch in Anführungsstrichen fliehen, indem man ein wohl getimtes Versammeln setzt. Also sprich, sich sein Versammeln aufbewahrt. Wenn man zum Beispiel sieht, man kann das nicht anderweitig stilllegen oder halt ausschalten. Das Raketensilo ist nämlich unter anderem auch durch Köder anfällig. Sprich, man kann mit Ködern auch den Schuss ablenken oder es sabotieren. Schafft man das nicht, sollte man sich das Versammeln frei halten und sehen, wenn das rote Fadenkreuz um eure Truppen drumherum kreiselt, direkt wegversammelt. Dadurch, dass es alle 10 Sekunden schießen kann, kann man nicht jedem Schuss ausweichen. Sondern wenn man die deutsche Nation hat, im höchsten Fall alle 2 Schüsse. Und bei anderen Nationen nahezu nur alle 3 Schüsse ausweichen. Was einem so den Spielraum, inwiefern man das Ding jetzt austricksen kann, schon sehr, sehr begrenzt. Wenn wir jetzt nochmal auf die geboosteten Werte hierbei schauen. Das Ganze erhöht sich nochmal um 300, also das ist enorm viel. Wir bekommen einfach nochmal den kompletten Angriff oder nahezu noch mehr als den kompletten Angriff, den unser Mörser, ein globaler Zeitalter Mörser hat, obendrauf für eine Aufrüstungsstufe. Letzten Endes ist das auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die Grenze verschiebt sich nicht. Mit Grenze meine ich, vorher mit Stufe 0 zerstört es all unsere Fernkämpfer, die es trifft auf einen Schuss direkt. Und die meisten anderen Truppen auch. Und es überleben nur Panzer, schwere Panzer, Generäle, also alles mit Massiv-Hitpoints. Und dadurch, dass wir den Schaden nochmal aufwerten, ändert sich nichts daran, was mit einem Schuss zerstört wird. Es sind dieselben Truppen, die zerstört werden. Es ist nur so, dass die Truppen mit mehr Hitpoints etwas mehr Schaden bekommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit aussagen will. Selbst wenn ihr das Raketensilo upgradet, ihr braucht jetzt vorerst nicht darauf achten, auf welcher Stufe. Das ist hat der feinten Raketensilo, könnt ihr euch gewiss sein. Eure Haubitzen, eure Fernkämpfer, Infanteristen werden definitiv platt sein, wenn das Ding sie einmal trifft. Nächster maßgeblicher Aspekt. Ihr seht jetzt erstmal hier oben, damit so wirklich jeder Trottel ohnehin oder ohne Anmerkung versteht. Hier oben steht dickfett neu dran. Montezuma, hier steht Moctezuma, ist jetzt neu verfügbar in der Universität als neuer Führer oder als neuer Anführer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ist unser neunter derzeitiger Bücherei- oder Universitäts- sorry, Universitätsanführer, den wir haben. Und auch noch sehr interessant, wir haben einen zehnten, bald verfügbaren Führer dazu bekommen oder eine Führerin. Das hier scheint irgendeine japanische, ich glaube eher japanisch als chinesisch, auf jeden Fall irgendeine asiatische Führerin zu sein, die bald hinzukommt und dementsprechend, es geht Schlag auf Schlag. Sie lassen uns keine Ruhe. Wir sollten uns dringend dran machen, die neuen Forschungen auch zu tätigen. Wir haben 60 Forschungen unter Moctezuma, was ein bisschen unüblich ist. Normalerweise hat man weniger oder mehr. Wir gehen direkt alles durch. Wir haben jetzt für erst die Jagdzeit. Diese kann man fünfmal um 18% erforschen, also in Summe 90% Reduktion. Wir reden hierbei von Bären, allen möglichen Tieren halt, die man jagen muss. Gerade bei den Bären und so dauert das Ganze was länger, aber so die üblichen Jagden, die, glaube ich, jeder von euch am häufigsten durchführt. Rehe sind sehr beliebt, meiner Meinung nach zumindest bei mir, da man da Leder bekommt. Manchmal auch die Hirsche oder auch Wildschweine. Aber wir reden alles so von 9 bis 20 Sekunden. Das bedeutet, bei den meisten Sachen spart man jetzt nicht so viel. Da reduzieren wir von 9 Sekunden auf eine Sekunde. Aber das sind auch nicht wirklich die Prozesse, die wirklich Zeit und Nerven kosten. Wirklich interessant wird das bei der rechten Seite, wo ich auch schon bereits angefangen habe zu forschen. Und zwar kann man hier die Zeit verkürzen fürs Schürfen und Sammeln, also sprich für das Goldminieren. Nein, das gibt es nicht, das Wort. Unsere Goldminen abzuarbeiten und unsere Bäume abzuarbeiten. Hier ist dasselbe, fünfmal 18%, also wieder 90% Reduktion. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir hier vorne an die Goldminen rangehen, mir geht es zumindest so. Ich habe acht Stück von den Dingern, wird jeder von euch haben und drei Goldminen und jedes Mal 20 Sekunden, 20 Sekunden, 20 Sekunden, für alles 20 Sekunden, wenn man nur zwei Bewohner frei hat, was bei mir oft der Fall ist. Dann verbraucht man einfach mal drei, vier Minuten, nur um die blöde Scheiße da abzuernten. Oft verpenne ich das auch zwischendurch und dann habe ich irgendwie eine abgeerntet, zwei sind nicht abgeerntet und dann kriege ich es Kotzen, weil ich so ein symmetrischer Mensch manchmal bin oder oft. Ich brauche das entweder alles geerntet oder nicht, anders kann ich damit nicht richtig leben. Auf jeden Fall kommt mir der Setz zugute. Wir können das alle verkürzen und dadurch brauchen wir nur noch zwei Sekunden, wenn wir alles erforscht haben, laut Tabelle hier, weil wir 90% Reduktion haben, um alles abzuschürfen bzw. abzusammeln. Kommt mir sehr entgegen, wir brauchen ebenso nur einen Bewohner, um das Ganze zu erforschen. Geht sehr schnell und ist wieder eine sehr kurzweilige Forschung, also sprich ein Forschungsbaum bei Montezuma, durch den wir sehr schnell durch sein werden. Dann haben wir hier noch Nahrung und Jagdgoldertrag, also sprich den Ertrag, den wir durch das Jagen direkt bekommen wird, erhöht. Nicht ganz so interessant, hier wird es allerdings wieder interessant und zwar Schürfen- und Sammelnertrag. Hier reden wir davon 5 mal 20%, also werden wir das Ganze in Summe verdoppeln können. Das, was wir derzeit nicht bekommen, verdoppeln wir, aber seien wir mal ehrlich, die Bäume und die Goldminen, die pflückt niemand aufgrund von Gold und Nahrung. Ganz manchmal vielleicht, wenn es wirklich ein Zufall ist und euch fehlen noch 20.000, dann macht ihr die noch leer deswegen, aber allermeistens geht es um die Handelsgüter. Jetzt ist natürlich die Frage, erhöhen wir hiermit auch die Menge der Handelsgüter, die wir bekommen. In dem Fall wäre das Ganze enorm interessant. Werde ich auf jeden Fall rausfinden und wenn ihr irgendwelche Informationen dazu habt, vielleicht habt ihr die Forschung ja früher getan oder getätigt als ich, ihr seid herzlich eingeladen, das Ganze unter dem Video zu posten. Dann Farmproduktion haben wir und Karawanenproduktion. Das Ganze ist nicht maßgeblich interessant für unsere eigene Basis, für mich zumindest nicht. Es ist aber interessant dadurch, dass sehr viele Leute, weil diese Forschungen wie gesagt sehr früh und sehr schnell verfügbar sind, dadurch, dass sie wenig Bewohner und wenig Zeit kosten, werden sehr viele Leute im Multiplayer sie getätigt haben. Bedeutet, die Basen, die wir ausrauben können, produzieren alle mehr Gold und Nahrung und dementsprechend wird das Farben im Multiplayer auch wieder erträglicher. Und das ist sehr schön, die Summen steigen halt alle. Dann haben wir hier noch die Erweiterungszeit. Diese können wir um 5 mal 6 Prozent, also in Summe 30 Prozent verkürzen. Und die letzten Erweiterungen, die wir haben derzeit im Spiel, wo viele von euch sein dürften, kosten 21 Tage. Sprich, wir können das Ganze reduzieren auf 14 Tage und das ist sehr nett, meiner Meinung nach. Denn 21 Tage sind schon eine sehr lange Zeit, um die paar Wälder da wegzuholzen. Alle von euch, die vielleicht schon alles erforscht haben und keine weiteren Platz mehr freischalten können, das ist ein bisschen traurig. Da müsst ihr es erforschen, ohne davon derzeitigen Nutzen zu haben. Als nächstes kommt dann Ölbohrturm-Kapazität. Nicht verwechseln, es handelt sich hierbei nicht um die Ölbohrturm-Rate, also sprich, eure Ölbohrtürme produzieren nicht mehr, sie können nur mehr lagern. 10 mal 5 Prozent, also in Summe wieder 50 Prozent, die können das um die Hälfte, derzeitige Hälfte vergrößern. Jetzt gehe ich mal drauf auf einen meiner Ölbohrtürme. Wir haben keinen Sägen mehr aktiv, sprich, wir haben nur noch die Grundwerte und durch den Technologiebonus natürlich begünstigt. Wenn wir vom derzeitigen Wert ausgehen, kann ich grob gesehen 7 Stunden lang meinen Ölbohrturm laufen lassen. Wenn ich jetzt einen Sägen dazu noch anhabe, kann ich so 5,5 Stunden den Ölbohrturm laufen lassen. Dann sollte man ihn aus ökonomischen Gründen einfach einmal abernten oder einmal leeren, denn ansonsten, wenn er sein Limit erreicht hat, stoppt die Produktion. Und ihr produziert kein neues Öl. Jetzt wiederum, durch die 50-prozentige Erhöhung, könnt ihr das Ganze dann etwa 8-9 Stunden mit Sägen und ohne Sägen wohl rund um die 11 Stunden laufen lassen. Ich habe das Ganze jetzt über den Daumen gepeilt, das heißt nicht, dass die ganzen Angaben, die ich jetzt gerade gemacht habe, stimmen. Was aber hier wiederum interessant ist, es geht wieder nicht um unsere eigene Basis meiner Meinung nach maßgeblich, sondern es geht auch um die Feindbasen im Multiplayer. Diese müssen jetzt auch nicht mehr immer ihren Ölbohrturm lernen, sondern der wird auch voll produziert werden. Und gerade bei inaktiven Basen, die das dann vielleicht irgendwann erforscht haben, dann aber irgendwie nicht mehr spielen oder kurz nicht on sind, finden wir auch eklatant größere Mengen an Öl in den Ölbohrturm drin. Schatzkammerkapazität 10 mal 5 Prozent, also in Summe können wir wiederum die derzeitige Hälfte erhöhen. Und das ist ein ganzes Stück, muss ich sagen. Bis jetzt war es pro Zeitalter immer nur um 100.000. Die globale Zeitalter, Stufe 5 Schatzkammer bei mir, fast 800.000 Gold plus Nahrung. Ich habe die schon geboostet, also mehr Forschung kann ich derzeit nicht betreiben bis auf die Universität. Und 8.000 Öl, dabei generiert sie Zinsen nach 24 Stunden. Und dadurch, dass wir das Ganze jetzt um 50 Prozent erhöhen können, ich hoffe, das Öl wird auch geboostet. Nicht nur Nahrung und Gold, wären wir bei 1,2 Millionen im globalen Zeitalter. Im Atomzeitalter noch mal mehr und wenn man den Eiffelturm hat, noch mal mehr. Also da sind wir fast schon bei 1,52 Millionen am Ende, glaube ich. Müsste man jetzt mal durchrechnen, war wieder nur über den Daumen gepeilt. Also 12.000 Öl wären das, 1,2 Millionen Nahrung und Gold im regulären Modus. Im Atomzeitalter halt 1,3 Millionen, denke ich mal, und 13.000. Ja, sehr, sehr interessant. Vor allem, weil ich die sehr häufig nutze, gerade bezüglich des Öls. Für mich also. Koalitionskraft. Oh, das ist ein sehr, sehr hartes Ding. Unsere derzeitigen Koalitionen sind schon enorm stark. Lass uns einfach mal reinschauen. Koalitionen, meine sind nur auf Stufe 5, eine habe ich auf Stufe 6 und die geht natürlich auch noch auf Stufe 7. So, Stufe 6, Koalitionen haben schon 30 Prozent mehr Schaden, 30 Prozent mehr Gesundheit. Wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal erforschen, sind wir bei, auf Stufe, wie komme ich denn jetzt auf Stufe 7? Verbessern. Ne, kann ich jetzt leider nicht draufklicken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es geht tatsächlich bis Stufe 7. Wenn wir jetzt die 5 Prozent nochmal draufrechnen, haben wir 35 Prozent Bonus. Und wir können in der Universität, was nochmal erforschen? 50 Prozent, meine ich. 6 mal 5, 30 Prozent nochmal obendrauf. Ein Drittel von 35 Prozent sind Pi mal Daumen, 10, 11 Prozent, die nochmal obendrauf kommen. Heißt, in der maximalen Stufe haben wir da nicht nur einen Boost von 35, sondern etwa von 45 bis 50 Prozent. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf unsere Gebäude verinnerlichen, heißt das, eine Koalition im maximalen ausgebauten Zustand kann letzten Endes darüber entscheiden, ob unsere Verteidigungsgebäude grundlegende normale Werte haben oder ob sie um die Hälfte verbesserte Werte haben. Was einen riesen, riesen, riesen Unterschied macht, wenn man das Ganze nicht richtig mitbedenkt. Zudem kommen auch noch unsere Allianz-Boni, wo wir 10 Prozent mehr Hitpoints und Stärke für unsere Verteidigungsgebäude bekommen, was viele Leute vergessen. Dazu kommt dann auch noch im Atomzeltalter die Radarforschung. Heißt, man kann locker einfach mal, wenn man Gegner die Defensivkoalition in Zukunft unterschätzt, er hat volle Defensivkoalitionen, hat das notwendige Allianz-Level und zudem die Radarforschung getätigt und eine gute Straßenverbindung, kann man tatsächlich, also kann der Feind tatsächlich 80 Prozent mehr Schaden und 70 Prozent, glaube ich, mehr HP für seine Gebäude haben, als man es auf den ersten Blick sehen würde. Und ihr könnt euch, glaube ich, selbst bei den Werten ausrechnen, was das ausmacht. Das bedeutet für die meisten Truppen One-Hit gleich Kill. So, wir sind fertig. Jetzt kommt hier nur noch der Capstone, den hatten wir schon besprochen im Preview-Video. Dreifache Allianz heißt, wenn wir ein nationales Handelsgut in Kämpfen oder wie auch immer erlangen, wird das Ganze verdoppelt und wir bekommen eins noch gratis obendrauf. Ist jetzt wirklich eines der unattraktivsten Meilensteine oder einer der unattraktivsten Meilensteine oder Capstones, den wir bisher hatten. Über eine Sache bin ich zugegebenermaßen sehr enttäuscht. Und zwar wurde ganz groß hier reklamiert, bla bla, oder sogar über zwei Sachen. Der taktische Helikopter ist zu stark, den müssen wir nerven. Bis jetzt habe ich nichts davon gemerkt oder auch nichts davon gelesen in den Patchnotes. Die gehen wir gleich zusammen noch kurz durch, da ist nicht so viel Spannendes. Auf jeden Fall stand dort nichts vom taktischen Helikopter drin. Heißt, wieder mal große Worte von Nexen. Bisher ist nichts gefolgt. Schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut schwach, weil da haben viele Spieler sich was von erhofft. Ich werde auch des Öfteren mit taktischen Helikoptern hier platt gemacht. Was heißt platt gemacht? Öl geklaut. Ihr seht es hier schon wieder. Mega ärgerlich. Und ich glaube, das geht vielen von euch so gerade, wenn ihr in höheren Zeitaltern seid. Anderer Punkt war die Burg. Viele von euch investieren Zeit und Ressourcen in die Generäle. Wir wollen, dass die Generäle auch runterkommen. Wenn eure Burg zerstört wird, werden alle Generäle, die noch nicht gespawnt sind, oben drauf sind, verwundet, aufs Schlachtfeld releast. Riesengroße Ankündigung, heiße Luft dahinter. Bisher habe ich nichts davon gemerkt. Es steht nicht in den Patchnotes und ich habe auch noch kein anderweitiges Beweisvideo dazu gesehen. Also, in Summe muss ich sagen, bin ich echt nicht begeistert von Nexen. Wir gehen in die Patchnotes rein. Ja, unter anderem haben wir noch die Weltkriegs-Replays. Die sind zurückgekehrt und die Beta-Phase ist endlich zu Ende. Es gab ja zuerst die Beta-Phase, dann war sie weg, dann gab es nochmal die Beta-Phase, dann war sie wieder weg, dann waren sie implementiert, wieder weg und jetzt sind sie tatsächlich für immer da. Weltkriegs-Replays erlauben beiden Allianzen, die besten Angriffe, die gegen die feindliche oder andere Basis getätigt wurden, anzuschauen. Beobachten sie ihre Alliierten, ebenso wie ihre Feinde, in Action. Replay-Sharing. Bald kommt eine neue Funktion, mit der wir wohl Angriffe aus Multiplayer oder so irgendwie intern, also ohne diese Programme, die ich jetzt gerade hier zum Beispiel nutze, aufnehmen und mit anderen teilen können. Missile-Silo, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ab dem globalen Zeitalter verfügbar, kann man dann noch zweimal upgraden, wie wir gesehen haben. Extrem hoher Angriff, niedrige Hit-Points, gefährliches Gebäude, alle 10 Sekunden scharf, schießt über die ganze Map. Dann haben wir Montezuma hier, haben wir auch gerade drüber gesprochen, brauche ich nicht wiederholen. Balance Changes. Unser Liga-Boot, die Victory-Kiste, die Siegeskiste, pardon, und die Videobelohnungen wurden erhöht und verändert. Und jetzt habe ich euch noch ein Screenshot gemacht, weil das habe ich tatsächlich direkt gemerkt und fand ich sehr interessant. Hier ist der Screenshot, der ist von gestern Abend direkt nach dem Upload, ne nicht nach dem Upload, nach dem Download vom 5.8 Update. Und zwar ist hier mein Doc-Bonus und der Doc-Bonus ist an diesem Tag mal keine Ressourcen, wie sonst immer gewohnt, sondern wir haben hier einfach mal Armeen, unter denen ich wählen konnte. Fand ich interessant, wirklich. Was wir hier jetzt seit dem Update finden können, sind Truppentaktiken, Taktiken, Sägen, Handelsgüter, nationale Handelsgüter, Söldnerverträge und Recruits. Was sind Rekruten oder Rekrutierungen? Ist das jetzt eine redundante Formulierung für Söldnerverträge oder für Truppentaktiken? Ich weiß bei allem Bescheid, bis auf Recruits. Dann haben wir die Köder-Taktik, gibt keinen Geschwindigkeitsvorteil mehr für unsere Verteidiger oder für die gegnerischen Verteidiger. Heißt, früher haben wir den Köder gesetzt und die Verteidiger sind alle wie die Ameisen mit Lichtgeschwindigkeit, so übel schnell über die Karte gerast. Sie bewegen sich jetzt scheinbar nur noch normal. Ebenso unser Fallensägen. Beim Fallensägen war es so, wenn ihr den Fallensägen aktiv habt, hält er ja nur drei Angriffe. Die Frage ist, ab wann wertet er etwas als Angriff? Wenn ihr angegriffen wurdet und bis zu 10%, nicht mehr, eurer Fallen wurden ausgelöst, wurde er nicht mal verbraucht. Sprich, ihr habt weiterhin drei Angriffe frei und der Gegner haut einfach ab und eure Fallen werden dementsprechend nicht davon angetastet. Wenn ihr aber demnächst den Fallensägen aktiv habt und auch nur eine einzige eurer Fallen angehitet wird, gilt das Ganze als Angriff und ihr verliert ein Leben quasi oder eine Nutzung des Fallensägens. Nicht so schön. Hier steht was von Spoils of War, also Kriegsbelohnung in der Bücherei, das Kapitel. Und zwar steht hier, das Kapitel 1 hat sich geändert dahingehend, dass es nur noch auf Ressourcen angewendet wird. Ich habe es mir mehrmals angeguckt, ich konnte keinen Unterschied feststellen oder nichts, was sich da jetzt tatsächlich geändert hat. Sehr komische Formulierung, ich bin nicht schlau draus geworden. Wenn ihr mehr Ahnung habt oder es anders verstanden habt, kommentiert unten. Dann haben sie einen Bug gefixt, wo die Redouten nicht direkt oder nicht richtig auf feindliche Truppen geschossen haben, habe ich auch schon mal gesehen. Die Level aller Panzeraufkarren hier aus dem Atomzeitalter, die so ein bisschen uninteressant sind. Diese Raider da wurden angeglichen, also sprich, sämtliche Panzerwagen da, die es als Event-Armeen gibt, haben jetzt die gleichen Hitpoints wie die Stufe, die du erforscht hast. Das ist uninteressant. Buildings, die Gebäude, die ihr gekauft habt, gehen jetzt ins Inventar rein, ist mir absolut latt, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch niemals machen, fällt für mich raus, der Punkt. Game-Komponenten oder Spielkomponenten werden jetzt gebündelt und der Download ist voll schneller, okay. Da ist irgendein Problem behoben worden, wenn man Allianzkisten oder Allianzbelohnungen aufmacht. Alle Truppentaktiken wurden bearbeitet, sodass sie einzeln im Stronghold angezeigt werden, okay. Die Ballistik-Büchereiforschung kalkuliert jetzt die Werte richtig und die Kosten. Okay, es gab im Weltkrieg so ein paar Bugs, die man nutzen konnte, und zwar, wenn man Truppen spendet, diese danach bewusst wieder löscht und wieder neu spendet, konnte man bei 30 Truppen zum Beispiel 33 spenden. War jetzt marginal, aber das scheinbar ist jetzt nicht mehr möglich. Multiplayer-Replays werden jetzt korrekt angezeigt, gerade bezüglich der nationalen Handelsgüter, ist alles so was Kleineres. Universitäts-Bug wurde gefixt, wo nationale Handelsgüter nicht richtig angezeigt oder berechnet wurden. Ein Bug wurde korrekt korrigiert, der in der Bücherei verhindert hat, dass man nach links scrollt, habe ich auch schon mal gemerkt, aber war jetzt kein großes Ding. Und sie haben so ein paar visuelle Änderungen durchgefügt. Also, hier steht absolut nichts von der Burg, oder was steht hier unten? Das muss ich mir noch mal durchlesen. Nein, steht nichts zu den angesprochenen Punkten. Also bedeutet tatsächlich, die Sachen, die angekündigt wurden, konnten nicht gehalten werden, warum auch immer. Ich hätte es toll gefunden von Nexen, wenn sie wenigstens eine Stellungnahme dazu abgeben und sagen, hier, die Sachen, die wir angesprochen haben, konnten wir aufgrund technischer oder was weiß ich, Implementierungsprobleme noch nicht einfügen. Sie kommen vielleicht, vielleicht bleiben sie auch aus, aber das Ganze einfach groß anzukündigen, bla bla bla, wir beheben alle eure Probleme, ihr könnt jetzt froh sein, das Spiel wird jetzt plötzlich auf einmal ganz anders. Und dann alles zu verschweigen und einfach überhaupt nicht einzufügen, finde ich meiner Meinung nach ziemlich schwach. Ich bin halt immer für offene Politik und fürs offene Ansprechen von Dingen, wenn sie halt nicht so klappen, wie man es versprochen hat. Dementsprechend verbleiben wir so. Ich hoffe, das Video...